Wien, 15. Bezirk, ein Rättenplatz 6. Im zweiten Bildungsweg haben Erwachsene die Möglichkeit in der Abendschule oder im teilweise Fernunterricht einen Matura-Abschluss zu erlangen. Wir besuchten die Theatergruppe des Abendgymnasiums, die in jedem Schuljahr ein Stück bearbeitet und aufführt. Diesmal waren es die Geschichten aus dem Wiener Wald von Oeden von Horvath. Aber das ist die Verhandlung zu sehen. Die Ausbildung ist die Ausbildung für die Ausbildung.